Sie haben eine neue Konstruktion und sie sieht großartig aus. Aber sind Sie sich ganz sicher, dass sie funktioniert? Wenn Sie Ihre Konstruktion erst in der Produktion testen, kann das sehr teuer und zeitaufwendig werden. Wie geben Sie noch in der Konstruktionsphase die richtige Richtung vor? Woher wissen Sie, dass Ihre Konstruktion robust genug ist? Welche Materialien sind am besten geeignet und ermöglichen die geringsten Kosten? Kann ich die Konstruktion robuster, leichter, effizienter machen? Und was passiert bei Konstruktionsänderungen? Wenn diese Fragen erst spät im Entwicklungsprozess aufkommen oder wenn Produkte aufgrund von Konstruktionsfehlern zurückgerufen werden müssen, kommt die gesamte Produktion zum Erliegen. Da muss es doch eine bessere Möglichkeit geben. Nutzen Sie SOLIDWORKS Simulation. SOLIDWORKS Simulation ist die effizienteste und kompletteste Möglichkeit, Ihre Konstruktionen zu untersuchen, noch bevor ein einziger Prototyp angefertigt wurde. In Minuten Schnelle können Sie die Strömungen, die Spannungen, die Temperatur, den Sicherheitsfaktor, den Druck sowie zahlreiche weitere Variablen Ihrer Konstruktion testen. Die Simulation ermöglicht eine geringere Komplexität beim Testen von Konstruktionen, die von kleinen Mechanismen bis hin zu großen Maschinen reichen können. Sie können sogar per Spritzguss gefertigten Kunststoff untersuchen und die Umweltverträglichkeit Ihrer Konstruktion berechnen. SOLIDWORKS Simulation übernimmt für Sie alle komplizierten Berechnungen, sodass Sie sich voll und ganz auf die Konstruktion konzentrieren können. Sie können auch die am besten geeigneten Materialien und Konfigurationen bestimmen, noch bevor ein einziger Prototyp angefertigt wird. SOLIDWORKS Simulation arbeitet direkt innerhalb der SOLIDWORKS Benutzeroberfläche, sodass Sie Ergebnisse direkt während der Arbeit an der Konstruktion prüfen können. Erstellen Sie die besten Konstruktionen jedes Mal schon beim ersten Versuch. Weitere Informationen zu SOLIDWORKS Simulation erhalten Sie bei Ihrem SOLIDWORKS Fachhändler oder auf unserer Website unter www.solidworks.de. SOLIDWORKS Simulation – kein Rätselraten mehr, geringere Kosten, optimierte Entwicklung, beschleunigte Innovation. SOLIDWORKS Simulation – kein Rätselraten mehr, geringere Kosten, optimierte Entwicklung, über die Konstruktion in der 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 Konstruktion. SOLIDWORKS